Hallo, ja hier in Nîmes in Südfrankreich eine vergleichsweise kleine Supercharger-Station mit nur acht Kombiladesäulen. Aber wie so oft in Frankreich ist auch diese Supercharger-Station direkt neben einem Hotel. Das hier heißt Nîmes Hotel, also der Supercharger ist auf dem Parkplatz von diesem Nîmes Hotel. Hier nebendran ist noch ein anderes einfaches Hotel. Das Ganze ist so in einer kommerziellen Zone am Rande von Nîmes. Mal schauen, wie das hier in der Lobby aussieht in diesem Nîmes Hotel. Ja, vom äußeren Eindruck her hätte ich nicht gedacht, dass es innen drin so gut aussieht, die Dame am Empfang hat mir gesagt, dass sie hier meistens Gruppen haben. Heute, jetzt ist hier gerade Sonntag, Sonntag später Nachmittag und das ist sehr ruhig, aber unter der Woche haben sie eben viele große Touristengruppen. Gut, Nîmes hat ja auch eine 2000-jährige Geschichte. Also kann man verstehen, dass hier viele Leute herkommen. Auch wenn diese Supercharger-Station nicht so leicht zu finden ist, es ist etwas verwinkelt hier und man muss schon ein bisschen aufpassen auf dem Navigator, dass man die richtige Einfahrt findet.